50 Jahre Verunschaltung, dass die Natur uns heute immer mehr und mehr wert wird, weil sie immer und immer, oder das nur Schäden vorgucken, oder wir Schäden hervorgehoben haben. Dann gibt es dieses Verrückte, die finden schon was. In Weihland würde man sagen, es hätte nur eine Million gedacht, irgendwie kommt, die finden schon was. Das Verfahren namentlich, wenn es um solche wichtigen Überrichtungen liegen, wir gehen uns mit Romanen an zu sagen, die Dinge, die sind, die Werte. Was man könnte, werden jetzt aufgenommen. Nur, das würde ich wissen, oder was ich sage? Dann bitte jetzt schneiden. Man könnte Wissenschaftler als etwas Sinn- und Wertloses bezeichnen. Es enthält weder Sinn noch Werte, das sind keine Begriffe für uns. Das sind Begriffe, die von Menschen definiert werden, aber die Naturwissenschaften nahe, die sind Etomen, die sich mit einer ganz bestimmten Art und Weise definieren. Aber ich kenne keine gleichen, wo es einen Sinnfernen gibt. Und ein Integral oder ein Wert, es gibt doch kein Monster in den Gleichungen, die wir einhalten. Das hat man macht, wir gehen, die Schrauf an. Genau, ich drcę.